Willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Wir sind schon Marston und diesmal sind wir nicht bei unserer guten McFarlane-Range, sondern hier. Das ist fast genauso wie damals, oder? Das ist schon lustig. Okay. Ja. Was soll ich großartig erzählen? Ihr wisst ja, wir haben das gleiche Pferd, das wir am Anfang von Red Dead 1 haben. Das könnte sogar sein, oder? Rachel. Groß. Englisch ist Vollblut. Ja, okay. Wir sind John Marston. Meine Güte. Ich habe was richtig Geiles gerade gesehen. Interesse halber habe ich mal nachgeguckt. Wir haben hier jetzt tatsächlich auch hier Bilder von John. Hier überall. Nee, da nicht. Das ist ja lustig, oder? Oh, das ist auch John. Das ist John. Das ist John. Das nicht, oder? Das ist ja komisch. Eieieieieieieiei. Hier ist auch noch John. John nimmt eine Stelle auf der Procon Ranch an, versucht eine frühere Verfehlung hinter sich zu lassen und zu lernen, was man als Ranger alles wissen muss. Eieieieieieieiei. Muuu. Muuu. Das ist aber echt schön hier. Oh mein Gott. Unser ganzer Ruf ist ja weg. Und das ist jetzt unser Zuhause. Wir können uns nicht umziehen. Schade. Das war gerade irgendwo untersuchen, oder? Nicht blöd. Schublade untersuchen. Okay. Nee, wir wollen uns nicht selber bestehlen. Ach, hier können wir uns rasieren. Sieht schon ein bisschen mehr nach John Marston aus, oder? Der Bart war sehr verstörend. Okay. Ähm, was können wir hier eigentlich machen? Können wir... Okay, wir können noch nichts großartig switchen. Okay, gut. Ähm, wir gehen mal zur Farm. Ihr habt ja gehört, der Typ selber wollte ja Abigail herholen. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Ach, du musst schon hierbleiben, liebes Pferdchen. So. Äh, Führung. Ach, Johnny Boy. Mann, 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 Mann. Dann ist Arthur wirklich futsch. Heftig, heftig. Hey, unsere Toilette. Wie schön. Ist aber tatsächlich fast schöner als alles andere, was wir zuvor gesehen haben als Unterkunft, oder? Hat irgendwie was. Auch wenn ich die Mütze von unserem guten John furchtbar finde. Gut, wir gehen zur Mission. Wie gesagt, ne, Abigail sollte hier hergebracht werden, gemeinsam mit Jack. Mal schauen, ob die hier sind. Was haben wir hier? Tom Dickens. Einfache Freuden. Abigail und Jack kommen bald bei deiner Hütte auf der Precorn Ranch an. Ei, ei, ei. Lern jetzt wahrscheinlich, wie man Kühe melkt, oder was? Na, das wird bestimmt ein riesiger Spaß. Milton, komm hier. Mr. Geddes, das ist die neue Ranch Hand, die ich dir erzählt habe. Ich habe gehört, dass du ein Problem mit deinem Willkommen hast. Aber du hast deine Nerve und schüttest meine Geburt. Nein, das war nichts, Herr. David Geddes, glücklich zu treffen. John, Jim, Milton. Danke für die Möglichkeit, Herr. Du und Mr. Dickens. Du arbeitest, wenn du ehrlich bist. Du hast dein Geist, ich versuche dir das. Der Mann hat eine Familie. Oh, lucky man. Dann besser du arbeitest, dass du extra hart bist. Guten Tag, Herr. Herr, Herr, Herr. Herr, Herr, Herr. Du hörst das, John, Jim? Extra hart. Hey, hey, get over hier. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton hier, was da etwas zu tun. Make sure er arbeitest, dass er extra hart ist. Sure, Mr. Dickens. Come on this way. I was on my chores, anyhow. Say, is that your family getting in the wagon up there? Ah, believe it is. Mind if we go welcome them? Not at all. Hey, is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we, uh, not discuss this in front of my wife? Oh, no, sure. Yeah, of course, mister. I don't want to worry her. Oh, yeah. I hear that. Mrs. Milton! Jim Milton. How fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kind of... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. I was going to milk the cows. Come on, I'll do it. You? Are gonna milk the cows? Sure. Why not? Oh, I don't know. I thought you was, uh... I'm a ranch hand. A new one, at that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellas. Oh. Where are you from, anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything. The ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Say, if it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Good Lord, no. Nothing like that. Well, just a ranch hand, then. Just a ranch hand. They all did a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Ha! Let's see how you feel once you see me work. All right, then. Here's the cows. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking, but most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never, never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down, I'll show you how. Well, approach her calm now. She don't take too kindly to surprises. I can milk. It's easy, right? One, then the other, Jim. That's how it goes. Almost got a pail full. Okay. Hey, Pa. Is that your boy? Sure. Abe, Lancelot. Well, hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairymaid of your paw yet. I never thought I'd see the day. Watch and learn, partner. We all gotta earn our keep. That's enough, Jim. Come on. Ich find's irgendwie drollig. How old are you now, Lancelot? Twelve, sir. Ain't that grand. It's such a fine name. I like it. I got... I got imaginative parents, sir. I can tell. Now, it ain't pleasant work, but it's gotta be done. Mr. Dickens said... I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Mm-hmm. Denk mal, irgendwie werden die überfallen und dann wird John wieder seine alten, äh, Fähigkeiten zeigen, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Well, you get them stalls cleaned out and I'll see you later. Bye. Okay. Jack, let's just... Try and take some pride in this work. Hard as it may be. Das Spiel ist schon krass, ne? Dass uns das jetzt nach so viel Ex-Stand-Ballerei... Bring her an Wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. Nach so viel Ballerei jetzt hier... ...so eine theoretische Arbeit gibt. Gibt's doch ein Ego. Schade, leider nicht. You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. That stinks. Hold on a moment. Ach ja, wer dacht, dass ich uns hier sehen könnte? Laughing at us? Be careful. Be careful. ja Ich denke, sogar deine Mutter würde sagen, wir sind fast fertig hier. Du hast alles fertig gemacht, ich werde sie aufhören. Okay. Lancelot. Boah, ist das schön hier. So richtig schön auf dieser großen Wiesenfläche. Fabelhaft. Hey. Hey. Wo ist Jack? Scheiße, in der Pursue der bessere Leben, du willst. Wie ich bin. Won't do ihm no harm. Oh, no. Guess maybe we can last hier. Survive. Doe ein bisschen besser und survive für once. I'm tired of fleeing, John. So, where are you now? Me too. Mhm. I'll put some coffee on. Oh, ein Hut, Gott sei Dank. Oh Gott, das ist ja akzeptable Kleidung. Ich bin ganz froh. Ähm. Ja. Ich sage nichts dazu. Aber wir haben wieder einen Hut auf. Oh mein Gott, das ist doch der Hut aus Rated 1, oder? Und so ein bisschen. Können wir den Hut jetzt ändern hier eigentlich? Oder geht das immer noch nicht? Nö. Ich bin nur Interesse halber. Okay, wir haben zwei Aufgaben. Oh man, ich mag Abigail irgendwie. Die noch mit drin. Entschuldigung. Oh, Abigail. How are you getting on? How's it look? You had your breakfast yet? I ain't got work to do? No one's watching a clock out there. Ach, Abigail. Entspann dich doch mal. Na Jack, alles gut? Oh man, man, man. Hier ist schon eine Schnellreisekarte. Okay. Gut. Wir haben zwei Aufgaben. Tom Dickens. Was ist das denn hier? Melken? Kühe melken. Gib dich zur Scheune und melke die Kühe. Das macht die Tiere glücklich und gibt dir wohltuende Milch. Tom Dickens. Landwirtschaft für Anfänger. Es gibt auf der Ranch mit Mr. Dickens einiges zu tun. Und David Geddes. Vaterschaft für Anfänger. David Geddes möchte vielleicht mit dir sprechen. Aber nur vielleicht. Machen wir erstmal David Geddes. Ne, machen wir erstmal die Feldarbeit. Es ist noch früh und Morgenstund hat Gold im Mund. Nichts wirkt auch besser als ein früh arbeitender Mensch auf der Farm. Hallo. Ich bin mal ganz froh, dass wir wieder einen Hut aufhaben. Ein bisschen das Laufen aus Red Dead 1, oder? Ich wette, der läuft genau wie Arthur und ich erkenne es nur nicht. Oh, guckt mal hier. Da war aber ein Waldbrand, oder? Nicht gut aus. Hey, Milton. Kannst du mir eine Hand mit dieser Fence? Sure. Know much about Fence Building? Nicht wirklich. Kannst du eine Fence, kannst du ein cowl, nicht used zu schweigen Schatz, aber du hast einen Gang von Robben, single-Handed. Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens. What was you doing before you came here? I told you, wife got cheated out of inheritance. We was in a legal dispute. It was a bad time. Sounds awful, but I guess I don't believe a word of it. I was raised to take a man at his word and also to believe this is a free country. So free that I can't tell you what to think. So I guess it don't much matter what you believe. But I will work hard and I learn fast. Okay. Give me a hand with this fence. Well, there's plenty more to do. Pound it in there. We don't want it coming down. Ich darf einen Zaun bauen. Ich glaube es nicht. Ich brauche einen Zaun, linee es mit einem Knopf und placee es in. Don't think too hard about it. Now, lift up the other side and you gotta line up, see? Now the next rail. Ist das geil gemacht. Ich glaube, ich gehe morgen auch einen Zaun bauen. Okay. Okay. That's it. You're doing all right. Ja, aber der macht es doch wirklich gut, oder? Ich finde sowas geil. Sag nicht, wir wollen jetzt hier den ganzen Zaun fertig. Jim, Mel. Over here. Was ist denn hier los? Was ist denn da unten hängen? Mr. Milton, Angus is your boss' son. Nice to meet you. Let's try and move this great hunk of chuck. Come on, move! Move! Shit! I'll get him! Move on, Milton. You alright? No, no! Woah, woah, crap! Das hat nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte. Not the fence! Get out of the way! Really? Was soll ich denn machen? Hm? Bad bull! Oh, wow! Shit! Oh! How am I gonna calm this thing down? You don't look like you're gonna wind down. But I'll try. Woah, there. Woah, there. Easy. Easy. It ain't so bad. Nice and easy now, boy. There, there. There, there. All better? Okay. Now come on, you hunk of chuck. You're lucky. You're lucky you didn't kill anyone. Got him, Mr. Dickens. Good. How are you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, Mr.? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Hey. I'll get the coffee home. Thank you. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. I'm cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place to tidy. Okay, Pa. I'll see you later. 3 Dollar. Das hat sich ja gelohnt. Okay. Ich find's geil, dass er immer einen Rautwitz anhat. Oh, wenn das jetzt einfach eine Unterwäsche ist. Äh, okay. Abigail geht auch arbeiten. Das ist ja fast so schön, um wahr zu sein. Lass dich nicht von den Bullen erwischen. Der hab ich zehnmal erwischt. Okay. Das war die landwirtschaftliche Arbeit. David Geddes, mal gucken. Vaterschaft für Anfänger. Das ist schon geil, oder? Es ist halt wirklich ein bisschen wie ein Red Dead 1. Ich find's ultra geil. Und hier ist es aber auch einfach nur unglaublich schön. Lass man sagen. Also, die Farm nehme ich. Hallo. Hallo. Hey, Partner. Arschloch. Hallo. Easy. Guten Morgen, Partner. Oh. Der ist nett. Okay. Mal gucken. Wie wir uns bei unserem guten Boss beliebt machen können. Immer noch kein Holz da dabei, oder sowas. Das scheint alles noch sehr friedlich und entspannt zu bleiben. Enh Bohm. Frau Stin. Und du hast einen Antwort für mich? Ich sagte, Abe. Ja, Herr. Woher sind die anderen Hands? Ich dachte, ich weiß nicht, Herr Gettys. Herr, was veux ist denn, Sie haben? Wir hatten drei Hörgeln, vielleicht mehr. Ein Gäste zu beschleunigen. Eine Frau zu schlangen. Und keine Hörgeln zu helfen. Ich sollte dich nach dem Land hinausgehen. Das ist Chaos. Hey, Pa! Kann ich holen? Pa! Milton, du bist mit Pohmeln? Ich bin okay. Ich werde das alles, was er braucht, Herr. Gut, du kannst du meinen Mann helfen, mein Junge Duncan? Er wird auf dem Rennen auf Jeremiah, ein Haufen, der zu stark für ihn ist. Und meine Frau wird mit dem Mare helfen. Abe! Herr, du und Dickens besser nicht machen wie du heute gemacht hast, wie du heute hast. Nein, Herr. Danke, beide. Komm, er ist hier. Ich bin gut. Ich bin gut. Du gehst auf. Geh, die Hörer. Nein, nein, nein. Ich zeige dir. Seit du kamst, die Hörer sind in ein paar von unseren Problemen. Und ich bin dankbar für das. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe nicht viel von einem Rennher. Oh, Herr. Hey, vielleicht die Laramie-Büse nicht so schwer, nachdem ich sie habe. Natürlich könntest du sie. Sie sind nur lautmacht. Ja, ja. Also, äh, ist das was der Böse machte in der Stadt? Ein bisschen Business mit dem Jungs oder so? Oh, wenn Mr. Geddes geht in der Stadt, well, es ist nicht genau für, äh, Business. Oh. Äh. Okay, dann. Okay, er wird nur am Ende. Ich habe lieber zwei. Danke, Kind. Och, ne. Sag nicht, ich bin jetzt bei der Geburt dabei. In dem Pferd. So gut gemacht, ne? Die Bewegung von den Pferden. Oh, come on. Easy, boy. Oh, someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Ah. Calm down. He likes you. I ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can't you teach me how to make him behave same way as he does for you? I'm supposed to go help your mother. She's got a horse in full. I don't take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. Let me ride him a bit first. Get some of the spunk out of him. Okay. I'll wait in the corral. Gebrauche Gemidaias Ausdauer, um ihn so weit zu beruhigen, dass da ein Kanin reiten kann. Na gut, also ganz runter mit der Ausdauer. Let it all out of him. Oh, mir fehlt Flocke. So assig, dass das Pferd einem genommen wird. Ich finde das richtig hart. Yeah, Jeremiah. Oh, ist das hier schön. Boah, guckt euch das mal an hier. Fabelhaft. Alright, good boy. You ain't gonna give us no trouble now. Okay. Begib dich zu Duncan und lass sie ihn Jeremiah 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 Reiten. Ich will mal leiten sagen. Mein Gott. Okay. He's ready for you. Okay. Get on up there and go nice and slow. Stay calm. Me? The horse. You're calm. My heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Don't let old Jeremiah send fear. I won't. I won't. Doing fine. Real nice. Not that I'm saying you need one, but you sure there isn't another horse? You ride around here? I had a pony, but I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow him? Huh. Lancelot? Yeah. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. All right. Thank you, son. Can I ask, are we in trouble from all these Laramie boys? They say Mr. Abel's real rich. Way richer than Pa. And he's got all these hired guns out of Laramie. And if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll... Hey, easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about Jeremiah there. Yeah, but... But... Just worry about the horse. Yeah? Yes, sir. I think you two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. You're good. Nice and easy now. Both of you. That's good, right? You, Mr. Milton? I thought you were gonna help me. I am. I was. I'm sorry. Come on. I need a man's help. Duncan, what have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Mom. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thank you, Mr. Milton. You're doing fine, kid. Give him a carrot, when you put him down. Okay, and now we have to help him to get a horse with a baby to get a horse. To get a horse. To get a horse. To get a horse. Es ist nicht zu schwer. Du einfach eine Hand in da und hast du ein Gefühl, wo die Legs sind. Geh'n. Was, was du sagen, Frau. Got'em. Okay, jetzt, aufhören. Ampour. Aufhören, Melvin. Ein bisschen mehr. Okay, well, ich denke, sie ist... Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay. Great. We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton. I hope so. Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? Sorry? I didn't know we had any married hands. Yeah, we have a boy. Maybe you've seen him around. Oh, I'm busy. Too busy for social calls. Of course. Good day, Mr. Milton. Hat die eine Bettpartnerschaft gesucht, oder was? Der Mann geht wahrscheinlich ins Freudenhaus in der Stadt. Und die vögelt mir dessen hier mit ihren... Geil. Oh, nicht schlecht. Okay. Boah, das Spiel sieht aber einfach nur so gut aus. Ich kann es nicht auf den Kniff betonen. Das müssen wir erstmal hier Abigail petzen gehen. Ich bin treu geblieben. Oh, das ist das Pony für Jack. Wie süß. Hey, John. Jim. Sorry. So, this is what you wanted. Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. For me. For him. How's he been? He's been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Round to the left. What do you see? The pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan, Mr. Getty's boy lent it to you. You're a good filly. Hey, let's go. How you doing? Fine. Can we go home? No. You're... Stay calm. Where would you like to go riding? Aside from home? I don't know. But... Maybe that stream? Good idea. You know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can feel your fear. Just act confident. Okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bed out. Use your legs. There you are. Now let's go. Jack. A little kick. Yeah. See? You can do it. How about you speed up a mic? Okay. Whoa. You know? This ain't so bad, sir. Good. Amazing, what the right horse and a little confidence can do. Ach, is das schön. Das ist beinahe zu schön wieder, ne? Das ist dieses typische, idyllische Bild, was definitiv noch zerstört wird, meiner Meinung nach. Better than before? Keep at it. Even faster, come on. Faster? Yeah. Ich lasse den Sound momentan übrigens bewusst lauter, ne? Was jetzt überwiegend Dialoge sind, damit ihr gut die Stimmen versteht von den einzelnen Charakteren. Ich werde da kommen. Ich hoffe so. Whoa. Wir können sogar schneller gehen. Wenn du so sagst, Sir. Ja. Oh, das klappt doch, oder? Hey, let's go across to the String. Yes, Sir. Watch out. Easy. 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 Ich würde Jack ganz gerne gewinnen lassen. Es fühlt sich, wie ich fliege. Ja, ich provoziere den nicht. Yeeha! Ich finde, der Moment jetzt gerade gehört ganz alleine Jack. Da provoziere ich den nicht, da überhole ich den nicht. Ich habe den Händen an diesem, Sir. Ach, ist das schön. Jack, das könnte auch so ein perfekter Simulator sein, ne? Cowboy Farming Simulator. Ich gewinnen! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wie ich gesagt habe, du stehst, du stehst, es ist so viel besser geworden. Danke. Hey, keep practicing, du stehst. Du, du, du brauchst es. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Warum wird er geschossen? Alte Angewohnheiten. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist nicht gut. Oh, gee. Das wäre schwer für ihn, oder? Er hat mir gedacht, um den Ort zu halten. Er hat ein paar Probleme... ... mit Vermin. Oh, hör auf das. Sehr lustig. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Oh! Oh, hell. Ha, ha! Lock his goddamn brains out! Geddy spends on women, saves on hands. Oh, he's licking you, boss! Yeah! Mr. Milton! Oh, you need help? That boy can't push! Jim Milton, get off that man! Get off him! He hit me first. Oh, you can fight, boy. I'll give you that. Well, how's your wife in the brawl? Leave my wife alone. Oh, she's real pretty. Get out of here! Oh, quite a temper you got. Imagine you're frustrated with your lot in life. Married to a shit shoveling farmhand. What'd you do wrong to end up here? Leave my wife alone. Welcome to Big Valley, Jim Milton. Pleasure to meet you both. We'll see you again. And you, boy! Tell Mr. Geddes we called. We'll be back. Thank you, Mr. Milton. Thank you. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, you moron! Plenty! Oh, Abigail! Hör auf damit! Alte Angewohnheiten, Mission abgeschlossen. I won't hear any more of it. You won't hear any of it. Hunde getroffen werden, 25 Sekunden, eieieiei. Okay, direkt zwei neue Missionen. David Geddes, Jim Milton reitet wieder. Und eine Abigail Mission, Abigail Roberts. Vaterschaft für Idioten. Richtig mit deiner Frau. Okay, das Ganze gibt's aber erst beim nächsten Mal. Ich muss morgen früh aufstehen, daher leider nur eine Aufnahme. Ähm. Smile, smile. Do not embarrass me. Ein Foto, oder was? Gut, weiter geht's morgen, ich freu mich drauf. Schaltet wieder ein, Red Dead Redemption 2, der Epilog Nummer 1. Es bleibt spannend, und ich bin verdammt gespannt, wie lange wir es durchhalten, nicht wieder der alte Revolverheld zu werden. Bis zum nächsten Mal, ciao! Tschüss! met Santa nhaset jewelry